Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial von Kenhub. Ich bin Steffi und in diesem Tutorial geht es um die deskriptiven Begriffe, die wir verwenden, um die Regionen des Rückens und des Gesäßes zu beschreiben. Ihr fragt euch vielleicht, warum wir den Körper in so viele Regionen unterteilen. Nun, jede Region des Körpers, wie der Kopf und der Hals, die oberen Extremitäten, die unteren Extremitäten und natürlich Rücken und Gesäß werden in verschiedene Regionen und Areale unterteilt. Diese Einteilungen ermöglichen und erleichtert es Klinikern, die genaue Lokalisation und Identifikation von Verletzungen und Pathologien darunter liegender Knochen, Organe oder Muskeln zu beschreiben. Wir besprechen die verschiedenen Körperregionen in fünf verschiedenen Tutorials, die ihr alle auf unserer Website findet. In diesem Tutorial lernt ihr die Regionen des Rückens und des Gesäßes näher kennen. Es geht also um dieses Areal hier, das sich in diesem blauen Rechteck befindet. Wir werden mit den Regionen des Rückens starten, dann mit denen des Gesäßes weitermachen und uns dabei von oben nach unten, also von Kranial nach Kaudal, durch die verschiedenen Regionen arbeiten. Die erste Region, die wir uns ansehen, ist die Regio Deltoidea, der Bereich des Körpers, der oben auf den Schultern liegt. Ihr seht diese Region hier auf der Abbildung grün dargestellt. Sie wird durch den Umriss des Musculus Deltoideus, der auch Delta-Muskel genannt wird, abgegrenzt. Das ist der Muskel, der den abgerundeten fleischigen Teil des Oberarms ausmacht. Die nächste Region, die ihr hier grün dargestellt seht, ist die Regio Suprascapularis. Wie der Name verrät, handelt es sich dabei um den Bereich oberhalb der Skapula. Unterhalb der Regio Suprascapularis, die ihr gerade kennengelernt habt, liegt diese Region hier, die jetzt grün hervorgehoben ist. Das ist die Regio Scapularis, die Schulterblattregion. Diese Region schließt das Areal ein, das sich direkt über dem Schulterblatt befindet. Hier finden wir Teile der Muskeln, die die Rotatorenmanschette bilden, sowie zahlreiche andere Strukturen, die mit der Skapula in Verbindung stehen. Medial der Regio Scapularis liegt diese Region hier. Die Regio Interscapularis, also die Zwischenschulterblattregion. Sie beschreibt, wie ihr Name bereits verrät, den Bereich zwischen den Schulterblättern, das etwa die ersten acht Thorakal- oder Brustwirbel einschließt. Die nächste Region, die wir uns ansehen, ist die Regio Vertebralis- oder Wirbelsäulenregion. Dieses Areal beschreibt die zentrale Region des Rückens und entspricht den darunterliegenden Thorakal- und Lumbarregionen der Wirbelsäule. Dieses Video ist noch nicht zu Ende. Schau dir jetzt das vollständige Video auf canhub.com an. Für unsere Canhub Premium-Mitglieder stehen noch viele weitere Video-Tutorials, spannende Quizze, ausführliche Artikel und professionell erstellte Atlas-Illustrationen bereit. Also, klick auf den Button in der Mitte, um das Video in voller Länge zu sehen und meistere die menschliche Anatomie. Bis zum nächsten Mal.